Ja, ich befinde mich jetzt hier inmitten des Headquarters von FireEngine, mitten in Essen. Und erstes interessiert mich erstmal ja, wie fing das bei euch an? Ihr macht ja nicht nur einen Laden, sondern auch Mailorder, Vertrieb. Wie seid ihr auf die Idee gekommen, sowas durchzuziehen? Ja, angefangen hat das eigentlich mit Mario, muss ich dazu sagen. Er telefoniert gerade da hinten, der ist der Boss und der hat den Laden in Krei aufgemacht. Der ist mein Stadtteil hier in Essen, wo ich wohne und der Handy auch. Wir haben da zusammen Platten eingekauft und so hat sich das entwickelt. Also wir da rein und er uns immer die guten Sachen aus Australien angeboten. Muss ich dazu sagen, er auch der Einzige, der die Sachen überhaupt anbieten konnte. Und wir haben uns dafür von Anfang an interessiert und halt immer fett eingekauft. Und dann haben wir uns gedacht, es ist eigentlich besser hier zu arbeiten, als hier einzukaufen. Weil dann kriegst du die Sachen auch billiger. Ganz klar. Und seitdem verkehren wir hier regelmäßig. Kann ich dazu nur sagen. Ja, wie ist das? Label, Mail Order, Vertrieb, Laden. Ist das nicht zu viel oder muss das sein, um überhaupt überleben zu können? Oder wie sieht es da aus? Ich würde sagen, muss sein, um überleben zu können. Weil Mail Order brauchst du. Weil hier allein in Essen ist irgendwie eine scheiß Stadt, muss ich dazu sagen. Musikmäßig, Underground-Musikmäßig. Wir haben Laufpublikum, so gut wie überhaupt nicht. Siehst du ja schon allein hier in der Gegend. Red Light District, hier vorne ist die Stahlstraße, der Puff und so weiter. Siehst du auch hier die Sexshops in der Gegend. Also Laufpublikum haben wir hier nicht. Also hier kommen echt nur Stammpublikum hin. Und das Lustige ist, das Stammpublikum kommt von Mülheim, Bochum, Dortmund. Aus der Umgebung hier. Also nicht aus Essen. Ganz komisch. Ich weiß auch nicht warum. Essen ist irgendwie tot. Also ich möchte gerade noch dazu ergänzen, dass es also ladenmäßig schon so aussieht, dass beim Laden also nicht allzu viel bei rumkommt. Also Laden könnte man schon besser geschlossen lassen. Also mehr Aufwand, als dabei herumkommen. Also wir haben vertriebsmäßig Mail-Order genug Arbeit und wo bestimmt im Endeffekt mehr bei rumkommt. Jetzt vom Laden her. Laden ist schon mehr Spaß an der Freud. Thema Vertrieb. Gibt es momentan irgendwelches Theater mit der neuen Bad Religion. Ein anderer Vertrieb schaltet Anzeigen in Aschbeck. Für den Vertrieb in Deutschland, wo ihr ja die Exklusivrechte habt, wollt ihr dazu was sagen? Also da kann ihr eigentlich am besten Mario Auskunft geben. Der wird hier gleich mal auftauchen, nehme ich an. Weil Mario macht auch die meisten Connections halt, muss ich jetzt mal auch mal dazu sagen. Wir erzählen hier mal gut die Großhandelssachen und so. Der Mario schickt halt alles ab, weil der kann auch korrekt Englisch. Wir können das nicht so gut, würde ich mal sagen, nicht so korrekt. Dass die Amis da drüben direkt alles verstehen und der schickt das alles ab und macht die Connections klar. Ja, der Chef ist jetzt endlich eingetroffen. Ja, erzähl doch mal kurz, wie läuft sowas ab? Also, ja, Exklusivvertrieb von Bad Religion. Müsst ihr da Kohle rüber schicken? Oder, weil es ist ja auch eine Menge Geld schon wieder im Spiel bei so einer Band. Ja, das ist allerdings wahr. Jetzt war noch diese Vertriebssache, die du eben schon angesprochen hast. Aber das war auch nicht das Einzigste. Da haben also andere deutsche Independent Labels, die die Platte lizenzieren wollten, haben also auch hohe Summen geboten, also Garantiesummen, um das für Deutschland lizenzieren zu können. Wieso habt ihr einen Zuschlag gekriegt? Die Frage ist eigentlich ganz gut. Also, ja, den Zuschlag haben wir bekommen, weil, also genau weiß ich es auch nicht. Aber ich schätze, es liegt daran, dass wir vor längerer Zeit die Ersten waren aus Deutschland, die Epita Freckerts einkontaktet hatten. Und er bisher mit uns gute Erfahrungen gemacht hat. Also, er kannte uns relativ gut über eine längere Zeit jetzt. Und bisher lief auch alles glatt. Es gab dann keinerlei Schwierigkeiten. Und es gab eben aus diesen Gründen wahrscheinlich keine Veranlassung für ihn. Also, ich spreche jetzt Brett Kijowicz speziell an den Gitarristen, dem auch das Label gehört. Da, also das Label zu wechseln und an den Vertrieb zu wechseln oder was auch immer jetzt in dieser Richtung. Ich schätze, dass es daran war. Ja, euer dritte Standbein ist das Label Gift of Life. Und habt ihr einige, ja, schon fast, kann man sagen, atemberaubende Lizenzierungen gemacht. Also, Agent Orange, The Left. Das war so gewesen. Also, wir kannten Postsport schon ziemlich lange. Also, wir hatten die Platten gesammelt, von denen wir damals rausgebracht hatten. Das war so ein Höhepunkt, Anfang bis Mitte der 80er. Und, ja, und das war eben, wie soll man sagen, Also, wir hätten schon gerne Agent Orange auf dem Label gehabt. Und so ist es dann auch gekommen, später. Und, äh, Miezer Left, das hat mehr oder weniger der Horst gemacht. Das ist eine vergriffene Platte. Das sind ja an sich zwei Platten. Ja, richtig. Das sind zwei Platten, also die es schon seit längerem nicht mehr gibt. Und, ja, wir fanden das eben schade, dass es die nicht mehr gibt, weil die gut sind. Und, deswegen haben wir die wieder aufgelegt. Gibt es da weitere Veröffentlichungen, die geplant sind? Ja, also, es sind ziemlich viele Sachen geplant. Also, wir wollen auch noch, ähm, eine ganze Menge Seven-Inch-Singles herausbringen. Unter, unter anderem, eine Wiederveröffentlichung der ersten Dill-Single, der ersten Germs-Single. Das ist auch schon so gut wie klar. Und, äh... Zusammenstellung von Electric Blue, Peggy Sue. Ostfinland. Sehr gute Zusammenstelle. Dann in Planung LP. Planung. LP, der Sticky Filz aus Neuseeland. Weep, weep. Darf man jetzt auch schon sagen. Also, ihr wollt euch auch so... Neben, ja, Australien, Neuseeland, habt ihr ja eh eine besondere Connection so ziemlich auf die alten LA-Punk-Sachen spezialisieren. Ja, also, das ist, weil das das ist, äh, ja, was wir selbst auch hören. Vielen Dank.